Ja, moin. Heute ein Kia in unserer Meisterwerkstatt. Das Auto haben sie gestohlen in Hamburg-Sase. Glücklicherweise ist den Dieben das Benzin ausgegangen und so ist der Kunde verschont geblieben von einem Totalverlust. Das Fahrzeug wurde an der Ortsgrenze von Hamburg aufgefunden. So, und jetzt ist das Auto hier und wir sichern das Auto mit einer nachträglichen Alarmanlage ab. Warum werden aktuell so viele Hyundai und Kia Autos gebaut? Hat zwei Gründe. Mittlerweile haben die echt aufgeholt. Die bauen verdammt gute Autos, muss man ganz klar sagen. Ich fahre selber auch ein Hyundai. So, und dann kommt dazu, dass diese Fahrzeuge unheimlich einfach von professionellen Diebesbanden geklaut werden können. Anleitungen findet man bei TikTok und YouTube. Wie einfach ist es mit einem USB-Hack und mit Cloning-Werkzeugen, die man im Internet bestellen kann, sich Zugang zu dem Fahrzeug zu verschaffen und das Fahrzeug auch zu entwenden. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ja, warum macht Kia, warum macht Hyundai nichts? Dasselbe Problem hat auch Range Rover oder Porsche oder alle anderen deutschen Autohersteller oder auch Toyota. Denn es ist eine Serienfertigung und bei allen Serienfertigungen ist der Schwachpunkt, haben die Diebe einmal eine Möglichkeit gefunden, einen Zugang zu finden an das CAN-Bus-System, können sich einen Schlüssel anlernen, dann kann der Wagen nicht mehr differenzieren, ist es der rechtmäßige Besitzer oder ein Dieb. Die Sicherheitssysteme, die wir hier täglich verbauen, sind alle ein Unikat. Der Dieb weiß nicht, was haben wir eingebaut und dank modernster Funk- und Bluetooth-Technologie können wir die Komponenten an absolut unzugänglichen Stellen verstecken, sodass der Dieb sie nicht ohne weiteres finden kann. Und an den Stellen machen wir natürlich auch die Unterbrechungen, die für einen Startvorgang erforderlich sind. Ohne die Faktor-2-Authentifizierung fährt der Dieb nirgendswohin. Und eine Sache steht mal fest, bei Diebstahl muss es immer schnell gehen. Sieht der Dieb, das sehen wir in unzähligen Videoaufnahmen, dass ein nachträgliches Sicherheitssystem verbaut ist, lässt er sofort die Finger davon. So konnten wir sicherstellen, dass in 35 Jahren noch niemals einer unserer Kunden ein Fahrzeug verloren hat.